Yo, 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 liebe Leute, Ali Safari hier am Start und ich bin in Bielefeld auf dem Kessebrink, wo es wieder ein bisschen Kultursafari unterwegs gibt, yo. Diesmal habe ich die June besucht, die auch bei mir in der Nachbarschaft zufälligerweise wohnt und wir auch schon an der Tischtennisplatte ein kleines Gefecht hatten. Yo, ich freue mich auf jeden Fall, euch ein bisschen Musik präsentieren zu können und sage, checkt das ab, yo. Und, yo, einen wunderschönen guten Nachmittag, frühen Abend, Sommerabend hier auf dem Kessebrink. Wir machen heute Abend weiter mit Sounds, Summer of Sounds. Wie jeden Mittwoch jetzt den ganzen Juli gibt es hier jedes Mal Konzerte, verschiedene Stilrichtungen, mal ein bisschen leiser, mal ein bisschen lauter. Sehr unterschiedliche Sachen, von Hip-Hop bis Metal bis Singer, Songwriter, alles durcheinander. Hier gibt es diesen kleinen Flyer, da steht alles drauf, was man wissen muss. Das fängt immer um Viertel vor, ich, Viertel vor sieben an, genau. Und deswegen fangen wir jetzt auch an. Ich freue mich ganz besonders heute Abend, eine alte Kollegin, die wir schon ganz oft in verschiedenen Formationen hatten. Aber jetzt macht ihr das Solo mit Fee, Computer und Don't Make. Und also, glaube ich, viel Spaß mit June. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020